Wenn ihr den jungen Mann mal unterstützen wollt, viel Fortnite 7, Leute. Gibt's da einen Song? Montana Black Song. Ja, welcher ist denn jetzt der Song? Das hier, vor einer Woche, Bilder im Kopf, Parodie. Den ganzen Tag nur Fortnite im Kopf, Geburtstagslied. Ja, das muss ja das sein, 100%. Gucken wir uns das mal an. Ihr wollt ja, ich das angucken. Also bei ihm läuft es auf jeden Fall mit der Rolli. Bestimmt vom Papi. Bruder, da ist ja ein bisschen Stimme. Mit dem Autotune, ne? Was gab es da noch nicht? Kein Fortnite. Er war so süß und er hat die Tattoos im Gesicht. Die fette Rolex hatte Muzzle damals auch noch nicht. Er ist im Buchstehude aufgewachsen, solange er konnte. Darauf wurde aus dem Muzzle einfach Monte. Der Name Monte. Aber ich find's cool bisher. Und man muss ja jetzt nicht hier auf die Stimme eingehen. Es geht ja auch nicht darum, dass er jetzt hier die krasse Rap-Stimme hat oder sonst irgendwas. Aber ist bisher ganz cool. Er kam vielleicht nicht von ungefähr. Vielleicht war Monte ja sein Lieblingsdessert. Aber es hat sich ebenso ergeben. Und die Spielsucht überdies dahin weckt. Denn Monte zockt nie wieder. Doch dann kam die... Das Video ist doch cool geschnitten. Monte zockt nie wieder und erstmal in das Casino singt reinhalten. Doch dann kam dieses Spiel. Es hielt ihn nicht zurück. Gefragt sind mir die Skills um eher weniger das Glück. Er hat den besten Skin ever. Hat schon quasi gewonnen. Er dank dem Busfahrer. Nicht ehregenau. Er spielt den ganzen Tag noch Fortnite. Win, nah, win. Monte kriegt es einfach immer hin. Digga, der kleine Mucci wird ja auch einmal groß. Bruder muss jetzt einmal komplett los. Er spielt den ganzen Tag noch Fortnite. Win, nah, win. Monte kriegt es einfach immer hin. Digga, einfach nur Rumballer. Macht keinen Sinn. Ich bin's, Tim! Also ich find's bisher eigentlich ganz cool, man. Ohne Witz. Der Junge ist bestimmt 15, 16er alt. Das war bestimmt ein Haufen Arbeit. Controller ist aus. Ja, kann gut sein. Bestimmt ein Haufen Arbeit. Aber hat der cool hinbekommen, Digga. Er hat 4.000 Abos. Props auf jeden Fall an den Song. 130.000 Aufrufe. Stabil, Alter. Aber was ich mal gerne wissen würde, ob der diesen Text selber geschrieben hat. Will ich mal gerne wissen. Er spricht den ganzen Tag noch Fortnite. Win, nah, win. Monte kriegt es einfach immer hin, Digga. Einfach nur Rumballer. Macht keinen Sinn. Ich bin's, Tim! Lass bei mir mal ein Abo da. Kuss auf die Nuss, wenn... Ah, ja, ja. Jetzt zum Schluss kommt dir diese bisschen Eigenwerbung. Nein, Spaß. Ist ja völlig in Ordnung, Mann. Also, Maria, das Tattoo ist mir gar nicht aufgefallen. Ist cool gemacht, muss man sagen, Mann. Feier ich. Kreativ. Oder Kuss auf die Nuss, wenn euch das Video gefallen hat. Und schickt ihm das Video da, mit der er es sehen kann. Jeder, der das macht, ist ein Ehrenmann. Er spielt den ganzen Tag nur Fortnite, bin nach mir. Ach so, das meint ihr. Ah, Leute. Ich dachte die ganze Zeit, mein Controller ist aus. Ich gucke die ganze Zeit runter, der ist doch an. Mein Controller ist an, aber sein Controller ist einfach aus. Boah, das war ein bisschen Fail, Bro. Aber das sind so Sachen, die mir gar nicht auffallen. Das fällt nur diesen kleinen Schlawinern von euch auf, die da wieder haargenau auf alles achten. Hm, das Licht ist doch gar nicht richtig am Leuchten, oder? Hm? Echt stabil, Mann, ohne wenn es Feier ist. Alles Gute, Monte, du 31er. Warte, 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 hat der geschrieben, ob da jemand einen Text geschrieben hat? Video, Musik, Selfmade. Ah, schreibt er gerade. Wurde nicht geschaffen, um Hass zu verbreiten. Es dient zur Unterhaltung, soll niemand ihn verletzen. Lyrics, Fertigstellungs-Songs, insgesamt zwei Monate. Okay, hat er das wirklich selber gemacht? Fünf, zwei Monate, Musikvideodreh, ein Tag, Schnitt 15 Stunden. Ah, Brunner, das kenne ich doch auch. China Böller geht im Zimmer hoch. Wer kennt das noch von mir? Ich zeige es euch gleich. Aber erst mal an dieser Stelle, ey, Props, Mann. Kriegt einen Daumen auf jeden Fall. So, komm, kriegst du erst mal hier einen Kommentar von mir. Wer kennt noch hier viel FIFA, FIFA 15, Böller. Legend Pack, China Böller. Ach, du Scheiße, Digga, Alter. Ich darf schon wieder alles sehen, ne? Oh Gott, Digga, Silvester 2014 und dem Chayas hier, Alter. Schwierige Situation. Boah, Junge, Alter, bin ich gerade erschrocken. Das gestern geschah. Bruder Jakob, danke für die einen Euro. Sag mal bitte Bürki. Bürki. Das ist gestern passiert. Crespo. Überlegt mal, ich habe einfach Crespo gezogen. Boah, das sind legendären Intros hier. Das muss ich euch zeigen. Moment, machen wir mal ein dick Vollbild hier. Das müsst ihr euch nochmal zeigen. Das passt alles perfekt. Warte mal, ich erinnere mich, glaube ich, noch. Ich glaube, ich habe jetzt so zweimal geschossen, so. Guck mal, jetzt. Jetzt. Damals so mit diesen Dingsgürtel, Alter. Einfach so eine Scheibe, Bruder. Das sieht aus, als ob ich mein iPhone zwischen den Beinen hängen habe. Sieh mal, guck mal. Sieht aus wie ein iPhone da, Alter. Goldenes iPhone. Der Beat von Nelson, Alter. Der knallt. Pistolero. Hätte ja klappen können. Was geht ab, mein lieben Freund? Eie Idee. Eie Idee. Der hat bei der Stimme, wie hoch die da noch war. Digga, das ist zu krass, ne? Was ist das denn? Okay, guck mal hier. Was ist das denn? Bruder, Alter. Damals rieche ich auf Jackie Cola, ey. Und wisst ihr, was das Lustige ist, ne? Warte mal, das Lustige. Ein Pack davor. Ich mach mich noch über Weidenfeller lustig, ne? Und dann im nächsten Pack. Einfach wieder Weidenfeller. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Junge. Oh mein Gott. Nein. Ich glaub das nicht. Ich glaub das. Das ist zu krass, ne? Ey, Digga. Ich zieh jetzt nicht mal in drei Jahren eine Ikone. Und hier zieh ich zwei Ikonen in zwei Tagen. Ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Das ist zu krass. Nein. Nein. Oh mein Gott, Freunde. Ey. 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 Wir gucken, was ist der Wert. Nein. Packung hier. Und jetzt, Bruder, da hab ich so einen Karton gehabt und dicke China-Böller im Zimmer gezündet. Komm, da kommt der Böller rein, Alter. Da kommt der Böller rein. Komm, wir machen mal direkt die Packung hier auf, Alter. Bruder, einfach China-Böller im Zimmer, Alter. Wenn ich das meiner Mutter erzählen würde, ey. Kacke, Alter. Das wird richtig laut werden. Egal, Freunde. Komm. Wir machen jetzt das Feuer, Jan. Bruder, was war das für eine Flamme, Alter. Guck mal, die Flamme vom Feuerzeug. Uff. Scharwutter. Ach du Scheiß. Das ist einfach im Zimmer, Leute. Weißt du? Ah. Ah, mein Ohr. Wisst ihr, wie laut das war? Abusharwutter. Immer dieses Abusharwutter damals. Ich würde sagen, einer geht noch. Einer geht noch rein. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Uff. Mach die Scheiße zu. Ah. Boah. Komm, ich hab's hier am Qualmen ist, Bruder. Als würde der Papst gewillt worden sein. Guckt euch das mal an. Ach du Scheiße. Guck mal, der ganze Boden, Digga. Guck mal, der ganze Boden. Diese ganze Asche da. Ekelhaft. Wir sehen uns gleich wieder, Alter. Ey, Freunde, Alter. Könnt ihr das? Digga, einfach zwei Ikonen in zwei Tagen, ne? Das ist so krass, ne? Hab ich da nicht noch ein paar Böller gezündet? Ne, das war's. Das waren die zwei einzigen. Aber schon zu krass, ne? Guck mal, ich hab die zwei Ikonen in zwei Tagen gezogen. Der war zwei Millionen wert und der war 800.000 wert. Zu krass. Alter, das waren geile Zeiten, Mann. Ohne Witz. Wenn ich das so sehe, guck mal, wie lange das her ist. 15.01.2015, Leute, Alter. Ohne Witz. Ich bin schon echt eine FIFA-Legende auf YouTube, ne? Mit diesen ganzen alten Videos. Ohne Witz, Alter. Ohne jetzt irgendwie mich hier zu loben oder sonst irgendwas. Aber ey, diese Videos damals, ey, das kann mir keiner mehr nehmen, diese Videos, Alter. Das war zu geil, diese Zeit, ne? Heilige Scheiße, Alter.